Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Karte und heute spielen wir... Wie hieß das Game nochmal? Azadam! Azadam! Mit André und Odo-Waas! Azadam! So kommt ein Kleinerbrun im Mund! Gebaut von Polly und aus André´s Bau-Team. Darum kurz an die beiden. Und ich würd sagen, viel Spaß beim Video! Okay, Jungs, rein da! So, Affen fallen lassen. Ah! Wir fliegen! Wir fliegen noch die Gegend! Dann wird's ein Gegenflieger! Okay, die fallen alle rein und sie haben Kollision, sprich sie schubsen sich gegenseitig runter. Yes! Für die, die es nicht wissen, SF-Affenanam funktioniert so. Wir ziehen einen Stab und müssen hoffen, dass die Affen nicht rausfallen. Wenn sie rausfallen und ist schlecht, weißt du, werden die meisten Affen raus und verloren. Okay. Wer möchte anfangen? Ich. Okay, Odo-Mann, tu's! Ich nehm den lilanen, direkt in der Mitte. Oh! Big Ball-Modus. Zwei runter! Aber es ist keiner rausgefallen. Okay. Okay, André, it's your time to shine. Komm jetzt! Boom! Oha! 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 Okay! Es ist doch keiner raus! Nein! Zwei Stück schon rausgezogen und es ist doch keiner runtergefallen. Nee, weil das war so krass aus, als würden die so... Du bist schon... Ja, ich weiss schon, was du weißt. Okay, ich bin dran, ich nehm den hier. Nee! Doch, ich nehm den hier, doch. Ja, wir müssen halt alle wegmachen, ne? Ja, safe. Da rum. Flickern! Okay, dann machen wir beide weg. Dann ist weg und dann bin ich wieder da. So, dann nehm ich genau... So. Guck mal, den, hier stehen richtig viele drauf, ich ne den hier weg. Oha! 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 Boah, krank! Da kommen richtig viele drauf! Andre, your time to shine! Ich guck mal, worauf viele stehen. Also außer auf mich. Ich wusste, dass irgend so ein Spruch kommt! Zwei nach unten, doppelt so viel wie Odoman. Okay, ich mach auch einen, wo richtig viele draufstehen. Zwei nach unten, doppelt so viel wie Odoman. Oh mein Gott! Oh no! Ich nehm den. Gar keiner. Okay. Andre, du bist? Ich nehm den. Gar keiner. Okay, ich nehm den. Gar keiner. Außer drei. Ja, aber die verteilen sich anders. Irgendwann schiebt einer unter. Safe. Ich bin dran, ich bin dran, Jungs. Also die ersten Stäbe sind immer so ein bisschen entspannter. Ja, safe. Das Ding ist, es war bei Affenalarm nicht, man durfte überall rausziehen. Können wir nächste Runde gern machen, damit es halt ein bisschen durcheinander ist. Aber die Runde... Auf jeden Fall. Ich nehm den hier. Einer runter. Okay, ich nehm... Ne, ich bin gar nicht dran. Andre, du bist dran. Okay, ich nehm den. Einer runter. Okay, ich nehm den. Äh, dein Ernst? Alles gut, ist keiner runtergefallen. Ich nehm den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hättest fast jemanden gekillt. Oh mein Gott. Ja. Okay. Andre? Ja. Total. Ich will irgendwie Polly wegrasieren. Okay. Alles entspannt. Alles entspannt. Dann alles entspannt. Ich geh den. Oh nein, ich krieg aber den letzten Stab. Ich geh den. So Kalle. Oh mein Gott. Kalle muss fünf Leute wegboxen. Kalle. Äh. Oh mein Gott. Einer ist runter. Einer ist runtergefallen. Sehr gut. Nein. Ich hab einen gekillt. So, ich bin dran, Jungs. Okay, tu's. Ich nehm wieder die Mitte. Batz. Oh mein Gott. Alles gut, Digga. Alles gut. Andre? Easy. Komm. Polly, raus. Hä? Der war auf lila. Egal, egal. Warte, wenn ich jetzt den lilanen hier wegmach. Ja. Oh. Wie kann da keiner runterfallen? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja gut, Kalle. Gönn dir. Kadat. Nein! 2-0, du Nuss. Ich hab schon zwei gekillt. Ist egal, jetzt entscheidet sich alles. Ja. Safe, safe. Okay, ich muss den Saven rausziehen. So, safe. Okay, Andri, du bist dran. Ja, lass mich kurz überlegen. Boah, das ist schwer. Es geht nur der. Einer runter. Einer. Ja, ist okay. Kalle. Okay. Das sind zu viele, die ich töte. Obwohl, das wirkt nur so. Es ist nur einen, den ich kille. Es sind zwei. Verdammt. Sehr gut. Wenn ich... Warte, wenn ich den rausziehe, könnte der runterrutschen. Okay, dann nehm ich den grünen, dann fällt nur einer runter. Easy, Junge. Ich nehm den lilanen, dann fällt nur einer runter. Und Kalle hat minus 300. Und Kalle hat minus 300.000. Ich hab irgendwie neun Leute oder so gekillt. Also Oma hat nur einen, ne? Oma hat nur einen rausgehauen. Ich hab noch einen. Ich hab zwei und Kalle hat den Resten. Genau, so sieht's aus. Da muss ich sagen, die erste Runde hab ich hardcore verloren. Aber wir gehen die nächste Runde rein. Diesmal kriegt... Oh du Mann, die OP-Waffen. Krass. Viel Spaß bei der nächsten Runde. Okay, Leute. Die Affen sind... Einer ist direkt runtergeflogen. Ganz runter? Also raus, raus oder? Nein, nein, nein. Hier, hier. Okay. Diese Runde, Jungs, dürfen wir rausziehen, wo wir wollen. Bedeutet, wir können uns auch gegenseitig die Map kaputt prediktionieren. Prediktionieren? Prediktionieren. Wer fängt an? Du, Kalle. Okay, diesmal fang ich an. Und, ich bin euch ehrlich. Ich tu denen, was meine Etage tiefer schicken. Ah. Was? Wild geschickt. Oh wow. Nach unten alle weg, dass die da runterfällt. Ehrlich. Nach oben mache ich den hier weg, dass so viele wie möglich runterfallen. Oha, oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Letzte Stufe, Digga. Oh mein Gott. Okay, ich bin dran wieder, ne? Yes. Ja. Ich mach auch mal hier oben einen weg, wenn wir ein paar verteilen. Mhm. André. Ich verteil auch mal ein bisschen. Okay, verteil. Wie Memorykarten. Naja, hab alles verteilt. Okay. Okay, jetzt prepare. Oh, du meinst dran. Ich bin dran. So, ich mach mal hier. Jungs, ich glaube es ist klüger, dass man sagt, dass man nur rausziehen kann aus der Stufe, wo auch welche sind. Also, könnte man hier unten alle fünf wegmachen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay, okay. Okay. Dann, wo ist mein Habibi hier unten? Oho. Ist hier unten. Äh, 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 äh. Ich zieh den raus. Ja? Ich zieh den raus. Ja? Ja? Ey. Irrenlos. Oh, du meinst, du bist dran. Okay, ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich mach den hier. Einer runter. Alles easy. Alles easy. Okay. Ich bin dran, ne? Polly, ich hau dich wieder runter. Tut mir leid. Ah, es geht ihm gut. Olli? Wir sehen uns. Hahaha. Okay, ihr drei. Ihr zwei meine ich. Ihr Duschkabinen. Ich hau euch runter. Oha, schade wie du sagst, Duschkabinen zu denen. Schade. Schade. Ich hol mir oben den lila Start mal weg, weil sonst müssen sie die ganze Zeit warten. Dann nehm ich den Greeny. Alles green, green. Oh mein Gott. Ich nehm den lilanen. Okay. Ich hole mal die gelben runter. Okay, da war keiner drauf. Easy, easy. Was ist los mit euch, Digga? Digga. Ich nehm hier unten raus, Junge. Die grünen in der Mitte. Oha. Stark. Dann geh ich jetzt hin, weil jetzt einer auf der Etage ist und prepare hier wieder ein bisschen. Irmann ist gestorben. Irmann ist gestorben. Irmann ist gestorben. Irmann ist gestorben. Ich mach die Lieder dann weg. Oho. Oh mein Gott. Okay, Jungs. Es ist zur Zeit. Ich mach die drei hier. Seid ihr bereit? Tu's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh ab, Digga. Ich schwör. Orange, morang. Raus damit. Ja, okay, okay. Ja, ja, ja. Alles cool. Oder wann? Alles cool. Solange du wild bist. Eins, zwei, drei. Roar. Okay, sorry, Digga. Ja, okay. Jetzt ist das schon real. Kalle, Junge. Kalle. Ich hab den grünen gezogen. Ja. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ja. Welchen nimm ich? Oh, ich glaub, ich nehm den orange. Damit sollte eigentlich keiner sterben. Doch. Doch. Ah. Ich hab den. Minus. Aber egal. Nur einer. Einer ist fein. Ja, jetzt wird's schwierig. Okay. Mein Prediction-Gehirn sagt, der hier. Auch nur einer, ne? Auch nur einer. Mein Prediction-Gehirn sagt, der hier, Bro. Das ist so. Okay. Das wird nix. Hey! Mein Prediction-Gehirn. Das war die ganzes, ganzes. Ich nehm den raus. Kalle, du bist. Digga, Kalle, Digga. Ja. Okay. Ich glaub, jetzt geht einer drauf. Egal, was man macht. Fail. Nein, nein, nein. Prediction-Gehirn. Hey! Predicted. Oh, yeah. Nein, okay. Wenn ich hier... Gehen zwei runter. Bro. Ich verkauf den einen hier unten. Nein. Ich hab ihn verkauft. Ich hab ihn verdrucht. Übelklug. Ich hab ihn verdrucht. Okay, ich verk... Zu denen hier ziehen, dass nur einer runterfliegt. Oh mein Gott, ja! Ich hab zwei Minuspunkte, aber es ist okay. Ich mach den und nur einer fliegt runter. Zwei! Oh! Nein, ich krieg vier! Ich krieg vier! Ja! Warte mal. Ich hab Kalle gewonnen, oder? Ich hab wenig Minuspunkte. Ich hab gewonnen! Ich hab drei Minus. Boom! Ich hab zu viel. Dann würd ich sagen, Leute... Ich hab auch schon ne gute Waffe. Die zweite Runde war extrem witzig, aber wir gehen jetzt in den Fight. Let's go! Okay, Jungs. Dann zeig mal eure Kisten. Und jetzt. Und? Oh, du Mann, was? Okay. Ich bin ein Ranger, Junge. Ein Ranger. André? Hat die blauen Waffen durchgespielt? Boah, tamam. Sorry. Wir haben zwei Runden gemacht. Er nimmt sich vier Waffen. Aber wenigstens macht er nicht TFT-Logik. Drei blauen, zwei, einer lilanen oder so. Die Logik ist aber wild. Kommt mit. Ich zeig euch jetzt meine Waffen. Die sind hier drin. Seid ihr ready? Kann auch wieder Sonderschüler auch hier. Ja, normal. Besonders. Weil Sonderschüler. Die in Grau. Und die goldene Papel. Wer geht los? Okay! Direkt Hit bekommen. Okay. Ich bin schon lowlife. Es hat nicht mal angefangen. Ich bin schon lowlife. Piu. Piu. Okay. Aber egal, Leute. Wir gehen rein. Diegelmaster, Junge. André Tod. Du hast nichts getroffen. Gallen hat mich gekillt. Was laberst du? Ich hab acht Schütteln getroffen. Schütteln getroffen. Schütteln. Schütteln. Wo ist André? Er ist da oben, oder wie? Das ist Polly. Hä? André, wo bist du? Au! Digga, ich bin Dragonsbreath. Raff. Raff, raff. Ich hab mein letztes Leben noch. Ich hab eins verloren. Ich hab noch zwei über. Wie sieht's bei dir aus, André? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hab eins verloren bis jetzt. Hä? Er hat... Er kann jetzt durch den Buschdoss durchstehen. Oh mein Goooood. Let's Leben. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Kann auch in die Büsche gucken. Kann sie aber nicht. Ja, aber das ist ne Schüttel von Rot. Das ist Infra-Blau. Infra-Grün. Oh mein Goooood. Irgendwann hab ich dich Busch geschossen. Digga, André, nee. Nee. Nee, 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 nee. Oh mein Goooood. Ich hab Kalle's Ehre genommen. Und sie genehmt. Der hat meine Ehre auf Ebay reingestellt. Leute, wir sind tot. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt. André oder Odoman? Ich hab noch zwei Leben. Ein Leben. Ohohohoho. Sorry. John Ricken echt. John Ricken echt. John Ricken echt. Okay. Intensiver Kampf. André hat seine eklige Ich-seh-alles-Taktik wieder am Start. Bei der Map-OP, ich sag dir. Unnormal, weil überall Büsche sind. Wir wissen nicht, wo du bist, aber du weißt, wo wir sind. Permanent. Okay. Bananen-1-PK ist am Start. Ey. Wenn Oma das jetzt noch gewinnt, dann fresse ich einen Besen. No joke. Ja, war klar. Ja, ich bin es, Digga. Ja, ich bin es, Digga. 28 Waffen, Digga. Da heuer. Fähes Leben. Fähes Leben. Hahaha. Nein, natürlich nicht, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst meinen Abonnenten. Checkt die Jungs raus nochmal kurz am Podium. André und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao. Ciao. Ciao.